Die Nummer 11 im Pokédex ist Safcon. Um was kann ich zu Safcon sagen? Ja, also ehrlich gesagt, Safcon, unnötigstes Pokémon aller Zeiten. Ich erinnere mich da sehr gern an das Bild aus der ersten Staffel des Pokémon-Anime, glaube ich, war es. Wo die beiden Safcon gegenüberstehen und einfach nichts tun. Einfach beide Härten einsetzen und nichts tun. Also, Safcon soll natürlich so einen Korkorb bilden, genauso wie Kokuna. Aber man kann ja gute Parallelen ziehen und dementsprechend würde ich das hier auch machen. Mache ich natürlich dann auch bei den nächsten Entwicklungen so. Und ja, Safcon, sehr süß eigentlich. Ich verstehe die Augen nicht, wo sie sein sollen. Ich habe auch in der ersten Generation, das ist der Sprite. Man sieht auch nicht, wo vorne und hinten ist. Aber egal, dementsprechend würde ich hier auch sagen, das war's. Rechts Matbow, links Raupi und in der Mitte gerne abonnieren. Auf Wiedersehen. Ciao.